Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die waren einfach grandios, wie die in die Rollen geschlüpft sind. Also mir hat es gut gefallen, richtig schön. Ich persönlich finde Theater ist so ein bisschen auch wie Kino, aber es ist halt mal was anderes, das Ganze live zu sehen. Ich bin froh, dass ich ins Theater gegangen bin und nicht ins Kino. Es ist doch was ganz anderes. Das ist ja unser Theater, unser aller Theater und eine gute Inszenierung tut allen gut. Mögen Sie Horvath? Ja, und ich fand das Stück jetzt eine wunderbare Adaption. Es war einfach unheimlich dicht und an keiner Stelle langweilig. Also ich fand schon sehr, sehr, sehr starke Inszenierung, sehr differenziert dargestellt, auch Nebenrollen. Das war sehr, sehr kurzweilig. Das war sehr, sehr, sehr. Danke.